Dieser Beitrag behandelt die Rückrufaktion des Fahrer-Airbags der Jahres-P1-Modelle. Da während der Produktion nicht auf die Feuchtigkeit geachtet wurde, kann ein zu hoher Druck in dem Gasgenerator entstehen. Ein Austausch ist dementsprechend unumgänglich. Vor der Arbeit gilt es ein paar Dinge zu beachten. Die Batterie muss direkt zu Beginn abgeklemmt werden, da am Airbag-System gearbeitet wird. Des Weiteren muss in dem Paket des neuen Gasgenerators nachgeschaut werden, ob die neuen Muttern vorhanden sind. Diese sind zu ersetzen. Wenn man den Airbag aus dem Lenkrateinsatz ausgeklammert hat, schaut man auf zwei Kabel. Das eine gehört zur Hupe und das andere zum Airbag. Da diese schnell mit herausgezogen werden, sind beide Kabel zu trennen, bevor man weiterarbeitet. Hier sieht man die Muttern, die es zu ersetzen gilt. Hier noch einmal ein Blick auf den alten und den neuen Gasgenerator. Bei der Herstellung des alten Gasgenerators wurde nicht auf die vorhandene Umgebungsfeuchtigkeit geachtet. Diese war möglicherweise zu hoch und hat dafür gesorgt, dass die Treibladungsplättchen Feuchtigkeit aus der Luft aufgenommen haben. Im Auslösefall kann somit der Druck im Gasgenerator zu hoch werden. Deshalb muss er durch den neuen ersetzt werden. Beim Umbau ist auf die Einbaulage zu achten, da diese essentiell wichtig ist. Auf die freien Stehbolzen kommen nun noch die neuen Muttern.